Das Wichtigste für alles Leben auf der Erde. Wasser. Aus den Alpen fließt Regen- und Schmelzwasser in den Bodensee und macht ihn zu einem unerschöpflichen Wasserspeicher. Ständig fließt 100 Mal mehr Wasser in den See, als wir verbrauchen. Das Wasser aus 60 Metern Tiefe wird ins Wasserwerk auf den Sipplinger Berg gepumpt. Dort wird es gefiltert und entkeimt und zu bestem Trinkwasser aufbereitet. Die Bodensee-Wasserversorgung liefert seit über 60 Jahren Trinkwasser für 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg. Ohne Unterbrechung. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Ständige Kontrollen und eine lückenlose Überwachung stellen sicher, dass wir immer einwandfreie Qualität und ausreichende Mengen an Trinkwasser liefern. Über ein Leitungsnetz von 1700 Kilometern Länge fließt das Wasser vom Bodensee bis in den Odenwald. 183 Städte und Gemeinden sind Mitglied im Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung. In dieser Solidargemeinschaft haben alle die gleichen Rechte und zahlen den gleichen Preis für das Trinkwasser. Ohne, dass ein Gewinn erzielt wird. Vom Bodensee für Baden-Württemberg. Unser Wasser ist Leben. Vom Bodensee für Baden-Württemberg. 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 Vielen Dank.